Was wird eigentlich gewählt? Die Bremische Bürgerschaft ist der Landtag der Freien Hansestadt Bremen und wird in der Regel für vier Jahre gewählt. Wahlberechtigt zur Bürgerschaftswahl sind Deutsche, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten im Land Bremen ihre Hauptwohnung haben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Bei der Kommunalwahl stimmen die Wählerinnen und Wähler über die Stadtbürgerschaft und die Beiräte ab. In Bremerhaven wird die Stadtverordnetenversammlung separat gewählt. Die Wahlen finden am 14. Mai 2023 statt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017